Wir saßen alle irgendwo im englischen Garten und dann kam jemand gelaufen und hat geschrieben, die Welle geht, die Welle geht und dann sind wir alle wie die Wahnsinnigen gelaufen. Mit meinen beiden Töchtern zusammen auf einer Welle reisen, das ist einfach riesenglück. Wir waren Brettelfahren, Brett am Seil und dann rechts, links im Fluss, aber wir wussten noch nicht, was man surfen kann. Und plötzlich haben wir gemerkt, dass das Seil durchhängt von unserem Brett und das Brett wie von selber auf dieser Welle steht. Und damit war das Surfen geboren. Wenn man den Weg gewählt hat, um Ausland zu leben, lässt man natürlich seine guten alten Freunde. Macht natürlich dann neue Freunde, aber das ist immer nicht dasselbe. Wenn ich immer wieder ein paar Tage in München bin, dann lache ich wie sonst nie. Die Leute, die am Eisbach sind, die haben auch alle irgendwie in ihrem Leben irgendwie so eine Nische gefunden. Das ist vielleicht auch so eine Gemeinsamkeit. Viele Leute fließen einfach mit oft schon 20 mit dem Spaß ihrer Jugend ab. Wie oft trifft der Dieter? Am Tag?